Du, Huberto, hast du eigentlich schon vom Siggi-Kitt-Gewinnspiel gehört? Oh, Gewinnspiel? Wo? Wie? Was? Na, bei Siggi-Kitt kann man dich und mich und Gildehart jetzt gewinnen. Was? Aber ich hab dich doch schon, Emmerla. Aber nein, Huberto, die Kinder können dich und mich und unseren Gildehart als Kuscheltier gewinnen. Und das ist ganz einfach. Auf Siggi-Kitt.de slash Podcast müsst ihr einfach nur folgende Frage beantworten. Wie heißen die drei Freunde in den Siggi-Kitt-Geschichten? Na, das ist ja super, Hasen, mega stark. Also Kinder, das könnt ihr doch bestimmt beantworten, oder? Emmerla und ich drücken euch ganz fest die Daumen. Heute erzähle ich euch die Siggi-Kitt-Geschichte von Emmerla, Huberto und dem Frühling. Es ist ein wunderschöner Morgen und der Hase Huberto wacht auf, weil ihn etwas in der Nase kitzelt und er herzhaft niesen muss. Hatschi! Er schüttelt seine langen Ohren, reibt die Äuglein und schnuppert. Na nun, nach was riecht es denn da? Er reckt seine Nase nach oben. Das, das ist doch, das riecht nach, seine Nase wackelt aufgeregt hin und her. Genau, nach Frühling, Frühlingsduft liegt in der Luft. Huberto hüpft ganz aufgeregt umher, bleibt immer wieder stehen und kann gar nicht genug bekommen von dem verheißungsvollen Duft des Frühlings, der den Abschied vom Winter verkündet. Ob seine Freundin, das kleine Schäfchen Emmerla, ihn auch schon bemerkt hat? Er bindet sich schnell sein grünes Halstuch um, dann hüpft er mit wehenden Ohren schnell rüber zur großen Wiese, wo Emmerla noch zusammengerollt in ihrem Bettchen schläft und von saftig grünen Grashalmen träumt. Huberto zupft aufgeregt an ihrer Bettdecke. Einen wunderschönen guten Morgen, Emmerla. Emmerla blinzelt unter der Bettdecke hervor. Guten Morgen, Huberto und gähnt. Du bist aber heute früh wach. Ja, und das hat auch einen guten Grund, ruft er fröhlich. Sie regt, streckt sich und schaut ihn erwartungsvoll an. Huberto macht einen Luftsprung und dann platzt es aus ihm heraus. Emmerla, der Frühling ist da. Wirklich. Emmerla springt freudig aus ihrem Bettchen und schnuppert. Tatsächlich. Man kann ihn riechen. Komm, Emmerla, ich kann es kaum erwarten, den Frühling mit dir zu begrüßen. Die beiden Freunde machen sich auf den Weg. Begleitet von den ersten warmen Sonnenstrahlen, die wohlig ihren Rücken wärmen. Hörst du das, Huberto? Sogar die Vögel jubilieren und heißen den Frühling willkommen. Er nickt zustimmend. Und hier, die Schneeglöckchen, die heißen bestimmt so, weil sie mit ihren weißen Blütenkelchen den Frühling einläuten. Und schau mal, da drüben, Huberto. Sie zeigt auf blaue, weiße, violette und gelbe Spitzen, die neugierig aus der Erde ragen. Das sind Krokusse und gehören auch zu den ersten Frühlingsboten. Huberto stellt fest. Ha, und die ersten Gänseblümchen auf deiner Wiese. Ha, die sind auch schon da. Guck mal. Ich finde, sie erinnern an viele kleine Sterne. Die beiden Freunde setzen ihren Weg fort und staunen, was der Frühling aus dem Winterschlaf erweckt hat. Zarte Pfeilchen, duftende Hirzsinten, samtige Weidenkätzchen und die ersten zarten Kirschblüten sind auch schon da. Emmerla betrachtet alles ganz liebevoll. Jede Blume hat ihre eigene Persönlichkeit, findest du nicht, Huberto? Schau mal, die Narzissen, sie stehen so stolz und aufrecht, als würden sie die Sonne umarmen. Huberto nickt zustimmend. Ja, die sind alle ganz unterschiedlich, aber sie harmonieren perfekt miteinander. Genau wie wir zwei, Emmerla. Da lachen die beiden Freunde und setzen ihren Spaziergang fort. Begleitet vom Duft der Blumen und dem fröhlichen Zwitschern der Vögel. Die Bienen und Käfer, die freuen sich aber auch ganz toll, dass es endlich wieder Blumen und Blüten gibt, meint Huberto. So laut, wie es überall summt und brummt. Ein kleiner, bunter Schmetterling tanzt fröhlich vor ihnen und Emmerla ruft. Guck, ein Frühlingsbote mit wunderschönen Flügeln. Auch der Malwurf spitzt aus seinem Bau und genießt die Sonne, bevor er seine Tunnel in der lockeren, weichen Erde weitergräbt, die jetzt wieder frostfrei ist. Plötzlich ruft Emmerla. Schau mal, Huberto da vorne am Waldrand. Ist das nicht? Na klar, ist er das, bestätigt Huberto. Und beide rennen schnell rüber zu ihrem Freund, den Bären Gildehart. Voller Freude umarmen sich die drei. Sie haben sich den ganzen langen Winter über nicht gesehen, da Gildehart, wie bei Bären üblich, seinen Winterschlaf gehalten hat. Emmerla, Huberto, schön euch zu sehen. Heute früh hatte ich plötzlich den Duft vom Frühling in der Nase. Und tatsächlich, der Winter ist vorüber. Zeit aufzustehen und nach dem Rechten zu schauen. Zu dritt gehen sie fröhlich weiter und begegnen unterwegs noch vielen Tieren, die sich alle genau wie sie über den Frühling freuen. So neigt sich der Tag langsam dem Ende zu und Emmerla, Huberto und Gildehart setzen sich unter einem blühenden Kirschbaum. Die Blütenblätter schweben sanft im Wind und die letzten Sonnenstrahlen tauchen den Wald in ein warmes Licht. Emmerla schaut nachdenklich in den Himmel. Der Frühling ist wirklich etwas Besonderes. Jede Blume, jeder Duft, die Tiere, es ist, als würde die Natur uns eine Geschichte erzählen. Huberto nickt zustimmend. Ja, aber wisst ihr, was das aller, allerbeste und aller, aller schönste ist? Emmerla und Gildehart schauen ihn fragend an. Was denn, Huberto? Na, der Frühling, der hat doch gerade erst begonnen. Und wir werden noch so viel gemeinsam erleben und entdecken. Und drüben auf der großen Wiese oder unten am Klaren Bach und am kleinen See oder im Wald bei Gildehart. Ich freue mich schon so drauf. Da hast du recht, Huberto, denn jeder Tag steckt voller Überraschungen und kleiner Wunder, stimmt ihm Gildehart zu. Emmerla lächelt. Eines weiß ich sicher, mit euch ist der Frühling noch viel schöner und jede Blume, jeder Duft und jeder Moment wird besonders sein. Die drei Freunde schauen sich an und lächeln. Die Sonne geht langsam unter und der Wald hüllt sich in die Stille der Dämmerung. Eine leichte Brise trägt den Duft der Blumen davon, während Emmerla, Huberto und Gildehart gespannt darauf warten, welche Abenteuer der Frühling noch für sie bereithält. Was meinst du, welche Abenteuer werden Emmerla, Huberto und Gildehart wohl als nächstes erleben?